Hallo meine lieben Freizeitstrategien da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Fantasy General 2. Oh, wir haben so eine schwere Wahl zu treffen, aber ich glaube, ich habe meine Wahl schon getroffen. Ich will euch nur ganz, ganz kurz mal die Optionen, die wir haben, offerieren, die wir jetzt hier durch diese drei Punkte flüssiges Mana haben. Das erste habe ich euch ja schon gezeigt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns jetzt hier die Spalter zu holen. Ihr seht, wir machen momentan 40 Schaden jeweils, also zweimal 40 Schaden für unsere komplett volle Einheit, die allerdings nur körperlichen Schaden macht. Wir könnten das Ganze jetzt hier auf 60 jeweils, also 120 Schaden upgraden mit diesen drei Magie und das würde einen magischen Schaden verursachen. Das heißt, das wären die absoluten Skelettkiller. Ja, das klingt jetzt erstmal super geil, aber es geht noch so viel besser. Wir werden wirklich sehen, was ich meine. Wir hätten noch alternativ hier die Möglichkeit, jetzt hier die Todeshörnchen abzugraden von Lanzenhirschreitern mit 104 magischen Schaden und wohlgemerkt zurückziehen 1 auf die Windreiter. Die haben dann zurückziehen 2 und das bedeutet, die sind im Grunde doppelt so gut für das geeignet. Außerdem würden sie dann schon 152 Schaden machen, was auch eine sehr, sehr nette Angelegenheit ist. Aber, das alles wird in den Schatten gestellt von dieser Option hier. Wir haben aktuell hier die Wolfsschlechter. Ihr seht, die haben eine Reichweite von 2, plus 1 macht 3 Felder, machen normalen körperlichen Schaden 80. Also das plus 1 kommt durch diesen Bluteichenbogen, den sie haben. Sie haben hier momentan Defensivsalve und können auf schroffen Gelände unendlich oft Reaktionsschüsse durchführen, also Defensivsalven. Das Problem ist bloß, die Donnerschleuderschützen haben einfach nur noch Defensivsalve. Einblick, also so wie ich das verstehe, können die das immer verwenden. Die Einheit kann angrenzende, verbündete Einheiten mit der Schlacht unterstützen. Wobei, naja, da bin ich mir jetzt gerade eben nicht mehr ganz so sicher. Es kann gut sein, dass sie das doch nur einmal können. Aber, 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 aber. Äh, die Jungs hier sind dann nochmal besser gepanzert, wie ihr seht. Haben auch mehr Moral, aber jetzt kommt der Witz an der Sache. Magischer Schaden, Reichweite 3, plus 1. 120 magischer Schaden auf einer Reichweite von 4. Da weiß ich doch, was ich will. Ich will das hier, Freunde. Ich will exakt das hier. Wir haben jetzt hier unsere ersten Donnerschleuderschützen. Booyah! Einfach nur Booyah! Dafür haben wir gespart, liebe Freunde. Es hat zwar jetzt auch unsere ganzen Waffen gekostet und unser flüssiges Mana. Aber wir haben jetzt eine richtig, richtig toughe Truppe. Wie steht es eigentlich um diese Truppe hier? Wie tough seid ihr eigentlich at the moment? Ähm, ja, ihr seid schon komplett maximal tough, so wie es aussieht. Oder? Seid ihr das? Ihr seid doch schwere Speerinfanterie, genau. Das sind die doch schon. So aus, als ob ich die nochmal upgraden könnte. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Äh, äh, ähm. Ich bin am überlegen, ob ich die jetzt auch nochmal hier auffrischen soll, damit sie ihre Erfahrungen nicht verlieren, weil die verlieren dann sonst ihre Erfahrungen garantiert. So, sind sie nämlich hier wieder voll am Start. Wir müssen jetzt hier erstmal eine ganze Menge an Sachen regenerieren. Zum Glück geht das hier weiter. Wir sind noch lange nicht fertig mit der Nummer. Wir waren zum Beispiel auch noch gar nicht rechts oben in den Wäldern. Wo ich jetzt auch mal so langsam aber sicher nachschauen will, was uns dort oben erwartet. Dafür können wir eigentlich auch mal die Todeshörnchen einsetzen. Äh, die kann ich jetzt gerade in mich einsetzen. Die haben wir schon benutzt. Ähm, die ganzen Helden mal in die Richtung bewegen. Was ist denn da? Da ist doch tatsächlich jemand. Eine... Ihr seht eine junge Frau, barfuß in der schlammverkrusteten Wolfsfelle gehüllt. Sie ist ausgemergelt und sieht euch mit angsterfüllten Augen an. Deine Wolfsmutter. Helft mir! Die Hexen suchen nach mir. Ich will nicht zu ihnen zurück. Bitte! Bitte helft mir aus dem Wald! Das muss das Mädchen sein, von dem die Hexe gesprochen hat. Oder in dem Fall die Hexin. Hab keine Angst, mein Kind. Wir wollen dir nichts Böses. Ich bitte euch, bringt mich nicht zu den Hexen zurück. Sie sind beide wahnsinnig. Sie haben mich entführt und verzaubert, sodass ich nicht mehr aus dem Wald finde. Ich muss für sie Dinge tun. Ihr müsst mir helfen, den Wald zu verlassen. Hm, ich werde dich nicht der Hexe aussenden oder kommt mit uns alles andere besprechen bis später. Äh, ich... Ich habe ja zum Glück gerade eben gespeichert, jetzt bevor ich diese Entscheidung... Also jetzt gerade beim Anfang der Folge tue ich immer speichern, falls Dinge passieren, ne? Und so weiter und so fort. Und, ähm... Ich gucke jetzt mal, was jetzt passiert, wenn ich das mache. Also ob ich jetzt... Ich will ja den Fluch loswerden. Ich will sie jetzt aber nicht unbedingt diesen bösen Hexen wieder ausliefern. Also wenn es irgendwie jetzt einen Trick gibt, wie ich da aus der Sache rauskomme, möchte ich das auf jeden Fall rausbekommen. Wir werden sehen, was wir für dich tun können, aber ich kann keine Versprechungen machen. Ich bin eure Barmherzigkeit ausgeliefert. Alleine schaffe ich es nicht aus dem Wald. Ich verspreche euch treu zu dienen, wenn ihr mir helft. Wir mitleiden sie durchaus, aber es steht Wichtigeres auf dem Spiel als das Schicksal eines einzelnen Mädchens. Wir müssen sie zu den Hexen zurückbringen. Vielleicht lässt sich eine andere Lösung finden. Ja, ich hoffe mal auch. Warte mal, jetzt haben wir eine Wolfsmutter. Eine Wolfsmutter hat Beschwören als Möglichkeit und Tiere für Hexen als Möglichkeit. Macht außerdem auch noch magischen Schaden. Also im Grunde eigentlich nur eine weitere, äh... Ja, Buff... Eine weitere Unterstützungseinheit, wenn ihr so wollt. Ich gehe mal mit ihr da hin. Da gibt es nochmal einen Mana-Quell. Den wollen wir doch haben. Okay, jetzt kann ich ja nur noch Einheiten überspringen. Die Runde ist also vorbei. Mein Zug am Start. Dann ziehen wir da hoch. Ailsa will ich da jetzt gerade eben nicht noch irgendwie unnötig verwenden. Und dieses... Äh... Diese Wolfsmutter will ich jetzt hier auch nicht unbedingt da oben noch riskieren. Ähm... Was habe ich denn nicht ihr noch gegeben? Immer noch diese Plus-Eins-Bewegungsreichweite. Mehr Lebenspunkte können wir noch geben. Wir können jemanden heilen. Magie-Schadens-Reduktion. Das gibt uns 10 Punkte Mana, die wir gerade eben nicht brauchen. Das brauchen wir auch nicht. Die Blutspiegel. Das ist mit dem Waldzauber. Diese Axt mit der Raserei würde ich halt nochmal 10% mehr schaden. Und das hier macht auch nochmal 10% mehr Nahkampfschaden. Wisst ihr was? Wir tauschen das jetzt hier aus. Weil wir machen dann erstmal genauso viel Schaden. Und können dann diese Armbänder jemanden geben, der ohnehin mehr Schaden machen sollte. Die Frage ist bloß, wer das sein soll. So. Ihr heilt euch jetzt erstmal alle hier fröhlich. Boah, der hat aber so viel Raserei jetzt hier aufgebaut. Aber es ist stackt halt nicht, ne? Mit der Befestigungsschadens-Reduktion ist bei ihm eigentlich eine nette Sache. Aber ich gebe ihm jetzt... Was ist denn das hier? Beschwören. Ähm, ich gebe ihm jetzt diese Teile. Dann macht er immer nochmal mehr, 10% mehr Schaden. Ailsa. Auch nochmal Ruinen. Okay. Wir haben eine Menge Ruinen hier. Ich will jetzt erstmal alle jetzt hier kurz mal regenerieren. Hier geht da hin. Die Trolle sollen auch regenerieren. Ich will für sie kein Geld mehr ausgeben. Denn ich weiß nicht, ob sie weiter existieren werden. In unserer Welt. Kann gut sein, dass sie sich jetzt einfach auch dann auflösen, ne? Ihnen ist aber auch nicht schlecht, hier nochmal Schaden zu machen, ne? Das Beschwören ist doch eine nette Sache. Aber mehr Schaden von ihm machen zu lassen. Bei seiner Sprungattacke hat auch was. So, das sind die normalen Schleuderer. Die haben nochmal so einen Bogen. Ganz im Ernst. Plünderte Siedlung. Da haben wir nochmal ein paar Krähen gefunden. Ja, die Krähen werden uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen Ärger machen. Das ist klar. Ja, komm, wir können ja die Runde beenden. Ach Gott, Geister. Aber da ist Elsa eigentlich genau die Richtige dafür. Mhm. Wer ist denn das da oben? Fleischwandler? Was? Leichenexplode? Ach, die explodieren. Jetzt bin ich kein Fan von explodierenden Gegnern. Kein bisschen. Nimm ich die Wolfsmutter doch mal mit nach oben. Äh, ihr habt ja auch schon einiges an Leveln, ne? Das kostet zum Glück nicht so viel. Ihr seid ein bisschen angehittet. Das heißt, wir regenerieren euch. Diese Krähen ausschalten. So, die Schleudertrolle dahin. Wahrscheinlich kommen dann jetzt auch bald die Krähen an, weil sie sie sehen werden. Da haben wir doch nochmal was entdeckt. Und hier hat es nochmal eine weitere Ruinenstätte. Äh, ich gucke mal, warte mal, wenn ich die jetzt hier angreife. Oh, 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 oh. Come on, schnapp sie dir. Das hat eine Menge von denen umgenutzt. Eine Moral haben die die Wölfe. Auch nicht so viel. Also magischer Schaden ist einfach der Superior-Schaden. Halten wir das einfach mal fest. Klick, 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 klick. Zug beenden. Da kommen noch mehr von denen. Und die vernichten sich jetzt hier an ihm. Ah, ne, nicht ganz. Ei, ei, ei. Ja, aber die Bersis sind inzwischen schon so hochstufig. Die kriegst du nicht mehr so leicht gekillt. Und vor allem, die haben halt auch eine reduzierte Wahrscheinlichkeit, überhaupt Leute zu verlieren, ne. Boom. Na, damit habe ich nicht gerechnet. Äh, jetzt kann ich den da noch machen. So. Ich gehe mal näher ran. Irgendetwas ist hier gerade ganz komisch. Die anderen Wölfeln sind die abgehauen. Ich kann diesen Zauber jetzt hier nicht, ich kann nicht auf sie springen. Aha, weil, wie sagen, dass Flieger über denen sind. Okay. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine seltsame Nummer hier. Hui. Das waren übrigens unsere Superschleuderer hier gerade eben. Aber werden die bloß nicht so böse, böse erkrankt. Gefällt mir halt überhaupt nicht. Zack. Binden wir da noch. Nochmal 105 Gold. Dann nehmen wir jetzt hier das hier ein. Oh, da kommt noch mal einiges auf uns zu. Ich greife da oben jetzt trotzdem an. Da gibt es nochmal einen Schrein. Mehr magischen Schaden. Oh, oh, oh. Ja, wenn man das am Anfang gewusst hätte, hätte man sich da komplett drauf einstellen können. Haben wir aber nicht gewusst. Niemand hat für uns gejagt. So. Die Hörnchen können hier gerade nichts tun. Sind auch aus irgendeinem Grund gesehen. Na komm, holen wir uns das jetzt noch. Wir haben nochmal 92 Gold. Und dann können wir jetzt hier überspringen. Ja. Igitt. Nochmal spinnen. Das war aber viel Schaden gerade eben. Mit den Spinnen. So, er ist jetzt in Raserei. Kommt noch mehr von diesen Geistern an. Warum seid ihr alle so sauer? Wir haben gerade eben die Untoten bevisigt. Achso, ihr seid ja auch Untote. Im Moment, wo du realisiert hast. Ich habe auf das Fallenschip Pferd gesetzt. Da läuft es dahin. Was ist denn das? Noch mehr Fleischwandler. Wenn ich eine Sache nicht leiden kann, dann Viecher, die sich so nennen. Deutet nämlich in der Regel an, dass die nicht so nett sind. Stark. Macht ihr weg. Ihr regeneriert jetzt hier. Nicht, dass ihr mehr sterbt. Abgeschossen. Und mit den Trollen jetzt da. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir hier oben noch ein bisschen was zu tun. Vielleicht könnt ihr schießen. Ihr könnt noch nicht da hinschießen. Ihr könnt noch von Dart schießen. Die haben ein Schild. Die haben kein Schild. Trotzdem mache ich an denen mehr Schaden. Interessant. Tschüss. Du kannst auch noch da drauf schießen. Wolfsmutter. Komm. Wolfsbemuttere sie. Und die auch noch drauf hauen. Aliasson wird wahrscheinlich diese Kadaver-Explosion hoffentlich überstehen. Gehen wir mal da auf mit Dogel. Als Schutzeinheit. Ihr müsst jetzt hier hinterherlaufen. Ich will die gesamte Map hier ablaufen, wenn möglich. Dann können wir auch nochmal diese These testen, die jemand von euch hier gesagt hat. Dass man da kein... ...keine Dings mehr bekommt. Wie heißt, ähm... ...keine Belohnung mehr. Was ich mir einfach nicht vorstellen kann. Geh, Schwesterchen, geh mal da weg. Wir wollen nicht, dass diese Kadaver... ...direkt neben uns explodieren. Wollen wir echt nicht. Okay. Scheint nichts Schlimmes passiert zu sein. Das da oben hole ich mir auf jeden Fall. Schwesterchen kann da eben nichts mehr machen. Können wir jetzt auch noch hier rüberziehen. Die Axtkämpfer gehen dahin. Die Fernkämpfer schießen jetzt diese Vögel vom Himmel. Hier ist der Ausgang. Okay. Da wäre jetzt der Ausgang. Die Tochter der Hexe wieder nach Hause bringen. Das Problem ist, dass wahrscheinlich Dogel recht hat. Auch wenn es arschig ist. Aber wir sollten sie echt zurückbringen. Das fällt uns sonst auf die Füße. Noch mehr von diesen Viechern. Das ist ja nochmal ein Lager. Ein Lager gefüllt mit Untoten. Das Trauenswürdigste, was ich heute je gesehen habe. Mehr gibt es hier tatsächlich nicht in dieser Ecke. Also gut, wir werden noch ein bisschen auf dieser Map sein, Freunde. Das führt keinen Weg dran vorbei für uns. Da oben könnte auch noch was sein. Die wollen sie jetzt hier raggen. Ich will aber das hier verraggen. Kann ich dazu etwas beitragen? 1, 2, 3, 4. Warte mal, wenn ich da bin. 1, 2, 3, 4. Gerade so glaube ich nicht möge. Doch, wie geil. Ich liebe diese Einheit. Oh Gott, ist die fantastisch. Gibt es hier eigentlich noch irgendwas? Jetzt noch Ebenen? Schroff. Schroff, schroff, schroff. Schroff, schroff. Noch Spinnen oder sowas. Höhlen haben wir noch gar nicht gesehen. Höhlen hatten wir noch nicht. Oh geil, jetzt haben wir Regeneration am Start. Stand es dran? Genau, 10% Gesundheitsregeneration. Ja, jetzt nochmal eine Ruine. Naja, wir werden es jetzt gleich rausfinden, ob diese These gestimmt hat, ob man dann gar nichts mehr bekommt. Was will ich, kannst du mir nämlich nicht vorstellen. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass es nicht so war. Aber ey, wer bin ich das zu unterfragen? Ähm, kommt ein Zauber da hin? Ja, da hat es nur noch diese eine Ruine. Ich meine, Mana haben wir jetzt echt genug. Müssen uns keine Sorgen mehr darüber machen. Ähm, wir kehren jetzt in die andere Richtung. Mit der Absicht, das Mädel, auch wenn es nicht gerade die freundliche Art ist. Oh, da hat es nochmal einen Hügelgrab. Das Mädel, äh, zu der Hexe zurückzubringen. Das Problem ist bloß, ich weiß nicht, zu welcher Hexe ich sie genau bringen soll. Aber genau, das ist sie. Sie muss jetzt auch runter. Binnen. Okay. Haben jetzt leider meine Fernkampftrolle angegriffen. Ich weiß auf jeden Fall, was ich als nächstes upgrade, diese Einheit hier. Die Todeshörnchen sind echt gut. Wieder runter, please. Und runter. Und Schwesterchen ebenfalls. Und Brüderchen heilt sich kurz mal. Und hier runter. Und dahin. Binnen müssen weg. Die machen nämlich einfach jetzt gerade eben zu wenig Schaden, wie ihr seht. Und da finde ich davon, ob wir im Nah- oder Fernkampf sind. Die machen zu wenig. Alle da runterwärts. Ach, die habe ich schon. Jetzt gibt es nur noch hier dieses Ding. Wir haben jetzt nichts mehr, wie ihr seht. Es ist geplündert. Mal gucken, was passiert. Boah, wie mies. Boah, okay. Also da, 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 da muss ich vielleicht doch nochmal in den Entwicklern schreiben. Das könnte doch nicht machen. Das könnte doch nicht machen. Das verliert ja quasi das Akkunden der Map ja komplett eigentlich an Wert. Holla. Da ist ja nochmal so eine Spuckspinne. Weitkunde schleudern. Nicht so episch weit. Jetzt sollte ich mal gucken, ist da auch nichts mehr drin? Ah, das ist jetzt echt lame. Ah, das, sorry. Das ist einfach nur noch lame. Also ihr wisst ja, ich bin halt einfach der Art von Spieler, ich erkunde gerne diese Map. Und dann kriegst du so eine drauf. Das ist, das finde ich nicht gut. Nee, echt nicht. So was nimmt mir halt auch einfach die Motivation, wisst ihr so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ihr das seid, aber mir nimmt das so ein bisschen die Motivation, weil ich einfach so der Erkundener bin. Jetzt wirst du fürs Erkunden bestraft. Kann ich nicht gut heißen, will ich auch nicht gut heißen. Oh nee, echt nicht, ey. Na gut. Ja, das heißt also, wir bekommen ja nichts mehr, außer wenn wir jetzt die Tochter des Mädels an diese Hexe da abgeben. Na gut, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Wir geben sie jetzt auf jeden Fall ab. Die Helden müssen wir dann auf jeden Fall jetzt hier Richtung Ausgang bewegen. Holla, die Waldfee. Alles, was wir jetzt noch holen können, ist eigentlich noch XP aus dieser Zone, ne. Das ist alles, was wir jetzt noch holen können. Und wir können unseren Debuff loswerden. Hm. Wieso mich ärgert, das hat einfach deswegen, weil es halt komplett dem, es entspricht absolut dem Gegenteil dessen, was mir persönlich gesagt wurde. Das ist das, was mich gerade eben hier so ein bisschen annervt. Fragst du extra? Ich habe die Frage gestellt, ne, und es war auf Deutsch, es war nicht missverständlich, sondern auf Englisch, sondern ich habe mit Jan Wagner geredet, ne, und, äh, ich habe halt gefragt quasi, ähm, ich bin so ein Spieler, der halt, ähm, gerne solche Maps erkundet. Gibt es einen Ausgleich dafür, wenn ich einfach weitermache und am Ende diese Belohnung hier nicht mehr bekomme? Ich habe sogar draufgezeigt auf dem Bildschirm und er meinte, ja. Also entweder wir haben ein Hardcore-Missverständnis gehabt oder das wurde nochmal geändert. Oh, shit. Hier habe ich natürlich jetzt wieder nichts, weil es nur eine Spinne ist. Aber lieber Jan, wenn du das siehst, bitte denk nochmal drüber nach. Also ich finde das einfach nicht gut, das so zu lösen. Finde ich einfach nicht gut. Das heißt, du bist eigentlich dazu gezwungen, dieses schöne Spiel hier durchzuhetzen, wenn du es erfolgreich spielen willst. Und das kann doch auch nicht der Sinn und Zweck der Sache sein. Jetzt hier gezwungenermaßen so ein Spiel zu hetzen. So, komm. Böse Spinne. Und ansonsten, wie gesagt, ist das Spiel ja fantastisch. Also ich sehe, der Grund, dass ich das noch spiele, ist einfach, weil es mir persönlich eigentlich sehr viel Spaß macht. Obwohl eigentlich die View-Zahlen ja leider schon sehr, sehr krass rückläufig sind. Und bis zu dieser Folge wahrscheinlich rechne ich damit, dass wir schon langsam, aber sicher locker unter 150 im Schnitt sind. Was ich schade finde, weil ich persönlich dieses Spiel einfach sehr feiere. Ich mag einfach diese Art von Spiel. Komm, nochmal die mir eine mitgeben. Du rufst sie hier nicht aus. Alleine diese Art von Einheit finde ich sehr, sehr cool. Komm, schalt aus. Getötet Das Spinnenvieh. Elsa muss auch noch darunter. Da haben wir jetzt hier diese Wolfsmutter. Ich finde es übrigens schon ironisch, dass die Wolfsmutter eigentlich so ein junges Mädchen ist. Das ist ja nicht eine Wolfstochter sein. Die sehe ich jetzt hier leider gar nicht. Was ist denn da in diesem Nebel? Wir wissen es nicht, aber ich will es halt wissen, was da ist. Das ist einfach Neugier. Im Zweifelsfall wisst ihr dann und könnt daraus dann vielleicht irgendwie was ziehen für euch Positives, wenn ihr dann... Ihr wart wahrscheinlich schon längst hier. Schon klar, aber... Vielleicht könnt ihr da für euch einfach was draus Positives ziehen. Du vermöbelst jetzt hier diese komischen Viecher. Da hat mich nochmal ein Schrein. Der gibt uns nämlich plus 1 Geschwindigkeit. Der muss natürlich komplett rechts außen sein. Wisst ihr? Also eigentlich musst du wissen, dass du erstmal komplett nach rechts wandelst in diesem Spiel. Hardcore nach rechts. Dann erstmal die ganzen Schreine da oben einnimmst und dann von da unten runter gehst. Aber das weißt du halt nur, wenn du diese Map kennst. Was auch typisch für diese Spiele ist, dass man einfach das wissen muss, um die Map perfekt zu spüren. Du reitest mal da hoch und hilfst dann da oben noch mit. Mit ihm gehen wir schon mal hier hin. Da müssen ja alle Helden da sein. So, das ist Hexenhäuschen. Dass die Wolfsmutter so freiwillig da hingeht, ist eigentlich auch schon witzig. Komm, Elder, du hast jetzt hier die weniger heldenhafte Aufgabe, das Mädel hier reinzulegen. mit euch marschiere ich jetzt da hardcore raus und guck mal, was da auf uns lauert. Eine Siedlung, in der nichts mehr ist. Zumindest auf den ersten Blick scheint da nichts zu sein. Ja gut, das heißt aber auch, dass wir die ja auch nicht mehr plündern können. Böser, böser Nebel hier. Komm, hau drauf. Sie würde niemals aufhören, irgendwelche Untoten zu vermöbeln. Aus ihrer Sicht muss es eigentlich das Schlimmste sein, was es gibt. Sie können sich anscheinend tarnen. Wie mir deuchet. Hilft ihnen bloß nicht so viel. Hier geht noch dahin, wegen der Rüstung. Ihr könnt sogar schon da drauf schießen. So krass, so mega, mega krass mit der Reichweite jetzt. Und, ah, die Wolfsmodus schafft es noch nicht ganz. Ich schick's jetzt einfach hier zu dieser Hexe, ne? Ist mir doch egal. Ich hab wahrscheinlich von beiden diesen Fluch abgekriegt. Wobei, ich werde es speichern, bevor ich wo reingehe. Das ist jetzt schon mal klar. Ich werde es speichern. Gehen wir es da hin. Mhm. Haben wir hier noch. Nichts. Du bleibst hier. Kannst du hier nochmal draufhauen. Die größte Stärke ist halt der Sturmangriff, ne? Der funktioniert nicht. Das Juli-Grab haben wir ja schon festgestellt, dass er leider nichts mehr ist. Okay. Und schon sind wir wieder am Ende der Folge angelangt, Leute. So schnell geht's. So schnell geht das hier. Ich werde jetzt hier gleich natürlich mich um diese Wolfsmutternummer hier kümmern. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also wir werden das jetzt, ich mache jetzt nur noch gerade eben ein paar Moves, ne? Aber das mit der Wolfsmutter machen wir in der nächsten Folge. Was ist da noch drauf? Da wird auch nichts mehr sein. Das ist so klar, ey. Es ist einfach so gemein. Es ist einfach nur gemein. Da ist noch irgendwas versteckt. Er hat so viele Hügelgräber, ey. Man hätte das alles ablaufen können. Hätte, hätte. Fahrradkette. Hier geht er drauf. Könnt euch hier nochmal verstärken. Plündert den Scheiß. Und ansonsten ist ja eigentlich nichts mehr zu machen, ne? Schade. Gut, Freunde. Dann haben wir noch was zu machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal lösen wir es mit der Wolfsmutter auf. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.